In einer digitalen Umgebung kann die menschliche Interaktion mit Technologie manchmal herausfordernd sein, insbesondere wenn die bereitgestellte ICT-Lösung nicht den spezifischen Bedürfnissen und Erwartungen der Nutzenden entspricht. Hier kommt die sogenannte Total User Experience ins Spiel. Total User Experience geht über die reine Benutzerfreundlichkeit einer Anwendung hinaus, und betrachtet alle Berührungspunkte zwischen Nutzenden und den digitalen Diensten der Universität. Sie stellt den Menschen ins Zentrum der digitalen Interaktion statt das ICT-Produkt. Das Ziel ist es, eine positive Erfahrung zu schaffen, die den unterschiedlichen Bedürfnissen von Forschenden, Lehrenden und Studierenden gerecht wird, ihnen die tägliche Arbeit nicht nur erleichtert, sondern die Freude an dieser erhöht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017